New York City, das Tor nach Amerika. Doch Wall Street, Broadway und Times Square waren nicht immer da. Vor 400 Jahren lag hier nur ein kleiner niederländischer Außenposten. Vom amerikanischen Festland trennten ihn mächtige, viele hundert Meter breite Flüsse. East River, Hudson, Narrows. Diese Gewässer zu überspannen schien eine unlösbare Aufgabe. Einzigartige Brücken sollten dafür geschaffen werden. Für die ersten neun Brücken waren Vision, Stärke, technisches Wissen und Dutzende von Menschenleben nötig. Dies ist die Geschichte der Brücken von New York. Heute leben über 8 Millionen Menschen in New York City, auf knapp 800 Quadratkilometern, rund um die bekannten Hochhäuser Manhattans. Die Stadt hat die höchste Bevölkerungsdichte in den USA. Vor 400 Jahren gibt es hier nur den kleinen niederländischen Handelsposten Neu-Amsterdam auf der Insel Manhattan. 200 Jahre später ist Neu-Amsterdam zu New York geworden und hat schon über 60.000 Einwohner. Auf beiden Seiten der Stadt fließen breite Ströme. Der East River im Osten und der Hudson im Westen. Um eine Metropole wie London oder Paris zu werden, muss die Stadt aber über diese Flüsse hinauswachsen können. Und dazu beginnt in New York eines der größten technischen Bauprojekte, die die Welt je gesehen hat. Man kann sich kaum vorstellen, dass New York City ohne Brücken zu der Stadt geworden wäre, die wir heute kennen. Sie verbinden die fünf Stadtbezirke und sind die wahren Lebensadern der Stadt. Heute gibt es über 2000 Brücken in New York City. Die wohl bekannteste ist diese hier. Die Brooklyn-Brücke. 1865. Der amerikanische Bürgerkrieg ist gerade erst vorbei. Manhattan hat über 800.000 Einwohner und ist schon die größte Stadt des Landes. Doch viele New Yorker, die dort arbeiten, leben lieber auf der anderen Seite des East River, in der Stadt Brooklyn. Täglich pendeln über 100.000 New Yorker von Brooklyn nach Manhattan und zurück. Ihr einziges Transportmittel sind die Fähren, die im Winter häufig im Eis einfrieren. Die Pendler brauchen eine zuverlässigere Möglichkeit zur Arbeit zu kommen und sie fordern eine Brücke. Das Problem ist, dass diese Brücke den 300 Meter breiten East River überspannen muss, ohne den wichtigen Schifffahrtsweg zu behindern, der New York mit dem Rest der Welt verbindet. Der East River war eine wichtige Wasserstraße und wenn hier große Schiffe fahren sollten, konnte man keine Steinbrücke quer darüber bauen. Die Lösung? Eine Hängebrücke. Das Geniale an einer Hängebrücke ist, dass man sie von oben aufhängt. Aber woran hängt man sie auf? Man muss also mit den Türmen anfangen. Hohe Türme, auch Pylone genannt, sind an jedem Ende der Brücke notwendig, um daran die Fahrbahn aufzuhängen. Dazu braucht man starke Kabel, die in 60.000 Tonnen schweren Ankerblöcken an jedem Ufer befestigt werden. Mit kleineren Kabeln, die Hänger heißen, wird die Fahrbahn am dicken Tragkabel aufgehängt. Das Gewicht der Fahrbahn zieht alles nach unten, aber die Ankerblöcke halten die Tragkabel straff. So bleibt die Fahrbahn gerade. All diese Kräfte wirken wiederum auf die Türme und pressen sie zu einer festen Masse zusammen. Da die ganze Fahrbahn von den Pylonen, Kabeln und Ankerblöcken gehalten wird, muss man keine weiteren Brückenpfeiler bauen und die Schiffe können problemlos durchfahren. Es ist eine geniale Art, eine Brücke zu bauen und sie scheint fast übernatürlich, weil man nicht sieht, wodurch sie oben gehalten wird. Noch nie hatte jemand gewagt, mit einer Hängebrücke einen so breiten Fluss zu überspannen. Zwischen den Türmen wird die Fahrbahn auf 486 Metern frei hängen. 50 Prozent mehr als bei jeder zuvor erbauten Hängebrücke. Die Planung dieser ersten Brücke von Manhattan nach Brooklyn ist eine komplizierte und riskante Aufgabe. Schließlich findet sich ein Ingenieur, der den Job übernimmt. Ein Auswanderer aus Deutschland. John oder eigentlich Johann August Röbling aus dem thüringischen Mühlhausen. Er bestellt über 22.000 Kilometer Stahldraht, um daraus die vier Haupttragkabel zu fertigen, an denen die Brücke hängen soll. Um sie zu halten, entwirft Röbling steinerne Turmbauten, die höher sind als die meisten Gebäude der Stadt. Doch er wird sein Werk nie vollenden. 1869 nimmt Röbling letzte Vermessungen am Fluss vor. Dabei wird sein Fuß von einer Fähre zerquetscht, die gegen eine Kaimauer schlägt. Seine Zehen müssen amputiert werden und er stirbt wenig später an einer Infektion. Das gigantische Brückenprojekt scheint gefährdet zu sein. Doch auch Röblings Sohn Washington August Röbling ist ein fähiger Ingenieur. Und er übernimmt die Bauleitung anstelle seines Vaters. Am 3. Januar 1870 beginnt schließlich der Bau. Bis zu 1000 Männer werden gleichzeitig an der Brücke arbeiten. Die erste Herausforderung ist der Bau der riesigen Pylone mit den neugotischen Torbüten. Damit sie stabil bleiben, müssen ihre Fundamente auf dem Felsen unter dem schlammigen Flussbett stehen. Röblings Arbeiter müssen es irgendwie schaffen, in bis zu 30 Metern Tiefe unter dem Wasserspiegel das Flussbett auszuheben. Röbling entscheidet sich für eine riskante neue Technik, den Senkkasten, einen nach unten offenen Kasten aus Holz und Eisen. Pneumatische Senkkästen sind eigentlich nur umgedrehte Kisten, bei denen der feste Boden nach oben und die offene Seite nach unten ins Wasser kommt. Sie werden auf den Flussgrund abgesenkt. Dann wird unter Überdruck Luft hineingepumpt, um das Wasser zu verdrängen. Durch Luftschleusen klettern die Männer hinein, um in den engen Senkkästen zu arbeiten. Manche vergleichen sie mit der Hölle, unerträglich heiß und feucht. Sie sind immer in Gefahr zu verbrennen oder zu ertrinken. Doch sie arbeiten ein ganzes Jahr lang in den Senkkästen und stoßen immer tiefer ins Flussbett vor, rund 30 Zentimeter pro Tag. So was hatte noch keiner gemacht. Jeden Tag mussten sie da runtergehen, durch die Luftschleusen, und sich mit Spitzhacken und Schaufeln langsam zum Felsboden durchgraben. Die Druckluft, die das Wasser am Eindringen hindert, löst seltsame Muskelschmerzen und Lähmungen aus. Über 100 Arbeiter leiden daran, drei von ihnen sterben. Auch Washington Röbling erkrankt und bleibt danach an den Rollstuhl gefesselt. Damals nennt man das Leiden Casson-Krankheit, heute Taucherkrankheit. Doch die Ursache war noch unbekannt. Erst sechs Jahre später erkennen Ärzte, dass die schnelle Dekompression bei der Rückkehr an die Oberfläche die Symptome auslöst. Sie haben ihr Leben riskiert, wenn sie zur Arbeit gingen. Es war ein gefährlicher Job, aber mit dem Glanz des Abenteuers. Auch wenn einer da nur im Dreck gegraben hat, war er doch Teil des Teams, das die erste Brücke über den East River baute. Die Männer schaufeln den Kies und Lehm des Flussbetts in einen Schaft im Inneren des Senkkastens. Darin wird der Schutt mit Schöpfeimern hochgezogen und abtransportiert. Damit der Kasten sich absenkt, werden auf ihm lagenweise Mauerblöcke aus Granit verlegt. 1872 setzt der Kasten nach einem Jahr endlich auf Felsen auf. Jetzt wird er mit Beton gefüllt und bildet so das Fundament des Brückenturms. Mit 20 Granitblöcken pro Stunde wachsen die Türme darauf bis zu einer Höhe von 84 Metern heran. Sie überragen alle anderen Gebäude der Stadt. Außer den Kirchturm der Trinity Church an der Wall Street. Der Bau der beiden Türme dauert volle sechs Jahre. Dann ist der erste Teil der Brücke endlich fertig. Nun muss Röbling die fast 19.000 Tonnen schwere Fahrbahn an vier gigantischen Kabeln aufhängen. Röbling setzt dabei auf ein neues Material. Stahl. Stahldraht ist um 75 Prozent stärker als der bis dahin übliche Eisendraht. Aber er wurde noch nie zuvor in Brückenkabeln verwendet. Röbling landete damit einen Volltreffer. Und er hatte diese Entscheidung nicht etwa getroffen, weil das gerade modern war, oder weil die besten Ingenieure seiner Zeit es verwendeten, denn die taten das nicht. Jedes der tragenden Hauptkabel muss 40 Zentimeter stark sein. So etwas kann nur hergestellt werden, indem man dünnere Stahldrähte miteinander kombiniert. Und jeder dieser Drähte muss lang genug sein, um von einem Flussufer über die Türme bis zum anderen Ufer zu reichen. Für jedes der Tragkabel werden über 5,5 Kilometer dünne, durchgehende Stahldrähte benötigt. Dazu werden einzelne Drahtstücke zu einer riesigen Schlaufe aneinandergefügt. Natürlich werden die Drähte nur in der Länge von vielleicht 1000 Metern hergestellt. Und um daraus einen längeren durchgehenden Draht zu machen, müssen sie verspleißt werden. Dies ist ein Beispiel für einen verspleisten Brückendraht. Wir machen das mit diesen sogenannten Presshülsen, bei denen beide Enden des Drahts in die Hülse gesteckt werden. Die Hülse hat eine gehärtete Stahleinlage. Wenn beide Enden eingefügt sind, wird diese mit einer hydraulischen Presse zusammengedrückt und entwickelt so praktisch die volle Stärke des Drahtes. Über 5000 solcher dünneren Stahldrähte sind für jedes einzelne Tragkabel nötig. Es ist sehr schwierig, starke, dicke Drähte zu machen, aber es ist einfach, starke, dünne Drähte zu machen. Wenn man also ein starkes, dickes Kabel braucht, muss man es aus vielen parallelen, dünnen Drähten zusammensetzen. Das hier ist so ein Draht aus dem Tragkabel einer Brücke. Wie man sieht, ist es fast unmöglich, ihn zu verbiegen. So stark ist er. Die Männer bündeln die Drähte zunächst und pressen sie dann in einen Zylinder zusammen, um ein Tragkabel daraus zu machen. Jedes fertige Tragkabel wird fast 1000 Tonnen wiegen. Unmöglich, ein solches Gewicht auf die Türme hinaufzuheben. Also muss Röbling einen Weg finden, die Kabel in der Luft zusammenzusetzen. Er perfektioniert das sogenannte Luftspinnverfahren. Dabei werden die einzelnen Drähte mit einer Rolle über die Pylone hin und her gezogen und zu einem dicken Kabel gebündelt. So funktioniert das Luftspinnverfahren. Stellen Sie sich vor, dies ist eine Spule mit Brückendraht und hier ist der Ankerblock. Von hier geht das Rad wie mit einem Skilift zu dem Ankerblock am anderen Ufer. Der Draht wird um das Rad gelegt und wenn das Rad über die Brücke gezogen wird, zieht es den Draht mit. Das macht man immer wieder, bis die vielen tausend Einzeldrähte für das fertige Tragseil richtig liegen. Zwei Jahre dauert es, bis die 21.128 Stahldrähte von einem Ufer zum anderen über die Türme gezogen sind. Dann kann endlich die Fahrbahn der Brücke gebaut werden. Bei diesem letzten Bauabschnitt werden die Metallrahmen für die fünfspurige Straße an den vielen Hängern befestigt, die mit den Tragkabeln verbunden sind. Dies ist ein Stück Drahtseil, ein Originalstück von einem Hänger der Brooklyn-Brücke. Und wie man sieht, besteht es aus sieben Strängen, die zu einem Seil verdreht sind. Die äußeren sechs winden sich um den Strang in der Mitte. Jeder dieser Stränge besteht wiederum aus einer Gruppe von Drähten, die um einen zentralen Mitteldraht laufen. Das hier nennen wir ein geschlagenes Drahtseil, im Gegensatz zum tragenden Kabel, das ein Paralleldrahtseil ist und nicht verdreht. 14 Jahre nach Baubeginn ist die damals längste Hängebrücke der Welt vollendet. Ein guter Grund zum Feiern. An der festlichen Eröffnungszeremonie am 24. Mai 1883 nehmen 6000 Menschen teil. Darunter auch der amerikanische Präsident Chester A. Arthur als Ehrengast. Diese symbolische Vereinigung von Brooklyn und New York war der Beginn der Verschmelzung der Stadtbezirke zu einer großen Stadt. Mit der Brooklyn-Brücke begann New York zu der Stadt zu werden, die wir heute kennen. Die Brücke ist ein großer Gewinn für Brooklyn. Die Grundstückspreise steigen, die Bevölkerung verdoppelt sich auf jetzt 800.000 Menschen. Bald verstopfen täglich 150.000 Pendler die neue Brücke. New York braucht also noch mehr Brücken ins Zentrum Manhattans, um den gewachsenen Bedarf zu decken. Aber der Bau der Brooklyn-Brücke hatte 14 Jahre gedauert. Zukünftig muss es schneller gehen. Die benachbarten Gemeinden Bronx und Queens wollen ebenfalls Brücken nach Manhattan haben. Und mit dem Jahr 1896 beginnt ein wahrer Brückenbau-Boom in New York. Die Brooklyn-Brücke war der Beweis und das Vorbild. So musste man es machen. Jetzt war die Frage nur noch, wie können wir es nächstes Mal besser und billiger machen. Die nächste Brücke soll von Williamsburg zur Delancey Street an Manhattans Lower East Side gebaut werden. Einige Kilometer nördlich von Brooklyn. Weil die fünfspurige Brooklyn-Brücke schon unter dem Verkehrsaufkommen erstickt, planen die Ingenieure gleich neun Fahrspuren für die neue Brücke. Sechs für Eisenbahnen und Straßenbahnen, zwei für Kutschen und eine für Fußgänger. Der Bau der Brooklyn-Brücke dauerte über ein Jahrzehnt, aber Zeit ist Geld. Eine größere Brücke in kürzerer Zeit zu bauen, das ist die neue Herausforderung. Wieder setzen die Ingenieure auf das neu entdeckte Material Stahl, um diese Aufgabe zu lösen. Aber anders als bei der Brooklyn-Brücke sollen bei der Williamsburg-Brücke auch die Türme ganz aus Stahl bestehen. Das hat zuvor noch keiner versucht. Da Stahl stärker ist als Stein, können diese neuen Pfeiler leichter werden als die der Brooklyn-Brücke. Und leichtere Türme können auf kleineren Fundamenten stehen, die sich schneller bauen lassen. Stahl wurde immer wirtschaftlicher und verlässlicher. Als sie die Williamsburg-Brücke planten, wussten die Ingenieure schon, dass die Bauweise erprobt und zukunftssicher ist. Die beiden Metalltürme werden 102 Meter in den Himmel ragen, 18 Meter höher als die mächtigen Steinbögen der Brooklyn-Brücke. Stahl macht diese Höhe möglich, benötigt weniger Baumaterial und kostet weniger, ohne dabei an Stärke einzubüßen. Bei der Brooklyn-Brücke müssen die Kabel nicht nur die Fahrbahn zwischen den beiden Türmen tragen, sondern auch die seitlichen Brückenteile. Diesmal entwerfen die Ingenieure stählerne Bögen, die die Fahrbahn außerhalb der Türme stützen. Die Tragkabel müssen also nur noch das Gewicht der Brücke zwischen den beiden Türmen halten. Weil die Zufahrten der Williamsburg-Brücke nicht an den Tragseilen aufgehängt sind, sondern von unten gestützt werden, konnte sie mit einem dünneren und eleganteren Tragkabel gebaut werden. Der Bau beginnt am 7. November 1896. Über 4000 Tonnen Stahldraht werden zu Kabeln versponnen. Die neuen Spuren der Brücke werden an ihnen auf zwei Ebenen aufgehängt, eine über der anderen. Das gibt den Ingenieuren einen zusätzlichen Vorteil. Es macht die Brückenkonstruktion stabiler. Zwei Fahrbahnen übereinander haben einen positiven Nebeneffekt, weil man dann automatisch eine Art Kasten entwerfen muss. Und eine Kastenform ist viel fester und steifer, als es eine einzige Fahrbahn wäre. Diese Kastenform entsteht, indem die beiden Fahrbahnebenen mit Stahlträgern verbunden werden. So entsteht ein Fachwerk. Ein Fachwerk ist eine Anordnung von Trägern, meist in Form von Diagonalen und Dreiecken. Dadurch wird die Fahrbahn versteift, aber nicht viel schwerer. Die Bauteile werden so verbunden, dass sie ein Maximum an Stabilität erreichen, mit einem Minimum an Stahl. Die Williamsburg-Brücke ist in nur sieben Jahren vollendet. Die Hälfte der Bauzeit der Brooklyn-Brücke. Und da sie anderthalb Meter länger ist, stiehlt sie der Brooklyn-Brücke auch den Rekord, die längste Hängebrücke der Welt zu sein. Im Jahr 1900 haben Brooklyn und Manhattan jeweils über eine Million Einwohner und zwei Brücken. Im Norden liegt isoliert die Gemeinde Queens mit nur gut 150.000 Bürgern. Doch ein neues Brückenprojekt soll das ändern. Die Queensboro-Brücke soll die abgeschiedene Gemeinde direkt mit dem Zentrum New Yorks verbinden. Und ihr Standort macht es möglich, dass diese neue Brücke nochmals billiger wird. Das Problem mit dem East River ist, er ist sehr breit und so tief, dass man alles auf einmal überbrücken muss. Aber hier, wo die Queensboro steht, gibt es eine Insel im Fluss, genau in der Mitte. Das macht alles viel einfacher. Dank Roosevelt Island können die Ingenieure eine ganz andere, viel preiswertere Brückenkonstruktion planen. Eine Auslegerbrücke. Ein Ausleger ist ein Träger, der über seine Auflager hinausragt. Am einfachsten kann man sich einen Ausleger wie ein Sprungbrett vorstellen. Die Fläche des Sprungbretts ragt über ihre Befestigung hinaus. Und eine Auslegerbrücke ist so etwas wie ein Paar Sprungbretter. Zwei Kragarber, die sich in der Mitte treffen. Um eine Auslegerbrücke zu bauen, werden die Träger von den Türmen aus nach und nach über das Wasser hinausgeschoben. Wie bei einer Wippe wird der Arm, der über dem Wasser hängt, mit einem zweiten Arm in entgegengesetzter Richtung ausbalanciert. Aber das geht nur bis zu einer bestimmten Länge. Und die würde nicht reichen, um so einen breiten Fluss auf einmal zu überspannen. Dafür braucht man eine weitere Stütze in der Mitte. Und Roosevelt Island löst dieses Problem. Ab dem Baubeginn im Jahr 1901 werden im Laufe von sechs Jahren über 70.000 Tonnen Stahl für die Brücke verbaut, bis ihre Arme miteinander verbunden werden. Dieser Originalbericht von 1908 über den Bau der Queensborough-Brücke zeigt die Konstruktion der Brücke. Die Kragarme werden Stück für Stück gebaut und tragen immer weiter über den Fluss. Wenn sie sich in der Mitte treffen, werden sie mit einem Fachwerkstück verbunden. Bald schon hat sich die Bevölkerung von Queens auf 300.000 verdoppelt. Aber in Manhattan und Brooklyn leben bereits drei Millionen Menschen. Und noch bevor die Brücken von Queensborough und Williamsburg überhaupt fertig sind, beginnt der Bau an einer vierten Brücke, der Manhattan-Brücke. Sie liegt nur wenige Blocks nördlich der Brooklyn-Brücke und soll diese entlasten. Die Situation machte es schon wieder nötig, zwei Stadtbezirke mit Brücken zu verbinden. Stellen Sie sich vor, Sie leben in New York von 1900 bis 1910, wenn drei der längsten Brücken der Welt nebeneinander über den East River gebaut werden. Das muss ein unglaublicher Anblick gewesen sein. Aber wenn die Ingenieure weiter so massive Brücken bauen, werden sie nie schnell genug sein, um mit dem Wachstum der Stadt mitzuhalten. Und der Bau all der Brücken und Hochhäuser führt dazu, dass in der ganzen Stadt der Stahl knapp wird. New York braucht dringend neue Ideen für schnelleren und wirtschaftlicheren Brückenbau. Daher wird in New York City ein gewagtes Experiment gestartet. Neueste Erkenntnisse in der Tragwerkslehre legen nahe, dass sich die für den Brückenbau benötigte Stahlmenge deutlich verringern lässt. Warum soll man etwas stabilisieren, das ohnehin schon eine sehr feste Struktur hat? Das Schöne an der Deflektionstheorie ist, sie lehrt, dass an diesen Trägern so viel Gewicht hängt, dass sie sowieso ziemlich stabil sind. Das Prinzip, je schwerer die Fahrbahn einer Hängebrücke ist, desto steifer wird sie. So wie auch die Kabel, an denen sie hängt. Es werden also keine zusätzlichen Träger wie hier bei der Williamsburg-Brücke benötigt. Im Grundsatz gilt, wenn die Brücke lang und schwer genug ist, wirkt ihr Gewicht wie ein Fachwerk. Also, wenn die Fahrbahn steif und gerade ist, kann man immer längere Brücken mit immer weniger Stahl bauen. Das war für die Planer wie eine Offenbarung. Gute Ingenieure versuchen immer, möglichst wenig Material zu verbrauchen und mehr fürs Geld zu kriegen. Bei der Manhattan-Brücke wird die neue Deflektionstheorie zum ersten Mal getestet. Im Jahr 1901 beginnt ihr Bau. Ihre Türme sind sehr schlank. Sie wirken fast flach, neben den massiven Pfeilern von Brooklyn und Williamsburg-Brücke. Wenn man die Manhattan-Brücke zum Beispiel mit der Williamsburg-Brücke vergleicht, sind ihre Versteifungen viel flacher und die Türme viel dünner. Dieses Design beruht auf der neuen Tragwerkslehre. Silvester 1909 feiert New York den Beginn des neuen Jahrzehnts mit der Eröffnung der hochmodernen Hängebrücke. Die Ingenieure können jetzt Brücken mit ungeahnten Spannweiten bauen. Die Deflektionstheorie erlaubt ihnen, die Länge von Hängebrücken möglicherweise zu verdoppeln. Schließlich sind die vier Brücken über den East River fertig und die Ingenieure beherrschen die neue Bautechnik. Jetzt fängt man in New York an, sich über den mächtigen Fluss im Westen Manhattans Gedanken zu machen. Den Hudson River. Der Hudson musste einfach überwunden werden. Auf seiner anderen Seite liegt schließlich das Festland. Aber der Hudson ist über einen Kilometer breit, dreimal so breit wie der East River. Oh Mann, das war eine ganz andere Sache. Es gibt bereits 18 Entwürfe für Brücken über den Hudson, aber sie alle sind zu schwer oder zu teuer. Keine davon wird je gebaut werden. Lange scheint es unmöglich, den Hudson zu überbrücken. Doch der Schweizer Ingenieur Ottmar Ammann glaubt, dass in der neuen Festigkeitslehre die Lösung liegt. Die Deflektionstheorie ermöglichte es den Ingenieuren, das Verhalten einer Hängebrücke besser zu verstehen. Mit dieser Hilfe konnte der Ingenieur seinen Entwurf so optimieren, dass das Gewicht der Brücke verringert und dadurch eine längere Spannweite möglich würde. Bevor die Ingenieure diese neue Bauweise kannten, bauten sie zusätzliche Elemente wie Schreckkabel und Fachwerkträger ein, um eine Brücke zu stabilisieren. Ammann glaubt, die über einen Kilometer lange Fahrbahn nach dem Vorbild der Manhattan-Brücke auch ohne diese Stützelemente aufhängen zu können. Die Brücke soll so leicht sein, um bis nach New Jersey zu reichen, aber doch schwer genug, um sich selbst zu stabilisieren. Und sie heißt George Washington Brücke. Ammanns Entwurf für die George Washington Brücke reizt die Deflektionstheorie bis an die Grenzen aus. Wie gut er sie umgesetzt hat, sieht man daran, wie schlank die Brücke trotz ihrer großen Spannweite ist. Und man sieht, wie sich das Brückenbaudesign verändert hat. Im Oktober 1927 beginnt der Bau der sechsspurigen Brücke. Die Arbeiter müssen zuerst die beiden 184 Meter hohen Stahltürme errichten, höher als die meisten Wolkenkratzer der Stadt. Sie hatten einen Job, den wir uns kaum noch vorstellen können. Sie arbeiteten über 100 Meter hoch über dem Fluss und hatten damals überhaupt keine Sicherheitsvorkehrungen. Sie hingen da oben buchstäblich in der Luft. Ich weiß nicht, wie man so etwas schaffen kann. Als ich das erste Mal über das Tragkabel einer Hängebrücke lief, schaute ich nach unten. Das Kabel war so dick, wie mein Fuß lang ist. Ich hatte erst ein komisches Gefühl im Bauch. Dann sagte ich, los geht's. Und nach ein paar Schritten war es ganz normal und machte Spaß. Zuerst ist noch geplant, die Türme mit Beton zu ummanteln, um sie zu verstärken. Doch Amann überlegt es sich schon bald anders. Wenn man die Brücke heute sieht, die Ästhetik ihrer Kreuzverstrebungen und Linien, das wäre alles hinter der Granitverkleidung verschwunden. Mit der Zeit hatte man begriffen, dass Stahl keine Verstärkung braucht, erst stark genug, eine Brücke zu tragen. Die George Washington Brücke wird acht Monate früher fertig als geplant und kostet weniger als die ursprünglich geschätzten 60 Millionen Dollar. Und sie verdoppelt den Rekord für die längste Hängebrücke der Welt. Es hatte noch nie einen solchen technologischen Sprung im Brückenbau gegeben, wie den von Ottmar Amann mit der George Washington Brücke. Es war der pure Triumph. Die George Washington Brücke macht einen neuen Handelsweg nach Manhattan möglich. Und umgeht die Verkehrsstaus der Innenstadt. Doch von Beginn an verursacht sie auch ihre eigenen Staus. Am Tag der Eröffnung, dem 25. Oktober 1931, überqueren mehr als 56.000 Autos den Hatzen. Schon bald ist klar, dass die Kapazität der Brücke nicht reicht. Doch Ottmar Amann hat im Automobil das Verkehrsmittel der Zukunft erkannt und vorausgeplant. Seine Brücke ist mit einer bahnbrechenden Technik für spätere Erweiterungen ausgestattet. Die Tragkabel, Türme, Fundamente oder Ankerblöcke, alles war so berechnet, dass zu einem späteren Zeitpunkt eine zweite Fahrbahn aufgehängt werden konnte, die nochmal sechs Fahrspuren möglich machte. 1962 wird eine zweite Fahrbahnebene unter der ersten eingezogen, was die Brückenkapazität fast verdoppelt. 76 vorgefertigte Fahrbahnstücke werden nacheinander eingebaut. Diese Bauteile wurden vom Wasser aus, von Barken aus, angehoben und dann mit Bolzen unter die schon vorhandenen Bodenträger festgeschraubt. Stück für Stück wurden sie hochgezogen. Es ist ein erstaunliches Zeugnis für die Stärke dieser Brücke und für das Genie von Ottmar Amann, dass man eine komplette neue Fahrbahn dranhängen konnte, ohne dass es zur Überlastung kam. Bis heute weist die George-Washington-Brücke eine der größten Verkehrsdichten der Welt auf. Doch noch einmal zurück in die Zwanziger. Im Jahr 1929 liebäugelte man in New York bereits mit dem nächsten ehrgeizigen Brückenprojekt. Drei der fünf Stadtbezirke von New York sind schon mit dem Stadtzentrum verbunden. Doch die Bronx liegt noch immer isoliert im Nordosten, abgeschnitten vom Wohlstand der anderen Stadtteile Manhattan, Brooklyn und Queens. Man beschließt, die Bronx an die anderen Bezirke anzuschließen, und zwar an alle gleichzeitig. Das Bauwerk soll Triborough-Brücke heißen. Sie sollte Queens, die Bronx und New York verbinden und dabei verschiedene Techniken und Bauweisen verwenden, um alle Aufgaben zu erfüllen. Die ersten zwei Bauabschnitte sind einfach. Eine Hubbrücke mit variabler Durchfahrtshöhe für Schiffe über den Harlem River nach Manhattan und eine kleine Fachwerkbrücke, die sie mit der Bronx verbindet. Die größte Herausforderung aber ist die geplante neue Hängebrücke von Queens über den East River. Ihr Bau beginnt am Freitag, dem 25. Oktober 1929. Dem Black Friday. Der Handel an der New Yorker Börse bricht zusammen. 1932 steckt das Land mitten in der Weltwirtschaftskrise. Sie hatten die Fundamente für beide Türme und die Ankerblöcke gebaut, dann ging ihnen das Geld aus. Das Bauprojekt wird abgebrochen. Nur eine radikale Vereinfachung und damit Kostensenkung kann es jetzt noch retten. In der Weltwirtschaftskrise Brücken zu bauen, war sehr schwierig, weil es kein Geld gab. Sie heuerten Ottmar Amann an, der mit der George Washington Brücke gerade fertig war. Er sollte den Entwurf überarbeiten, damit die Brücke billiger wurde. Amann übernimmt das Projekt 1934. In den Plänen der Brücke entdeckt er viele unnötige und vor allem teure Elemente. Der ursprüngliche Entwurf machte vier Tragkabel nötig. Daher hatten die Türme jeweils vier Pfeiler. Und man sieht auch die gotischen Stilelemente der Türme, diese Spitzbögen im Originalentwurf. All das wurde geändert. Amann vereinfacht den Entwurf. Anstatt der zwei geplanten Fahrbahnebenen soll es nur eine geben. Diese Fahrbahn kann von der Hälfte der Kabel getragen werden, sodass pro Brückenturm nur noch zwei Pfeiler nötig sind. Die neogotischen Spitzbögen ersetzt er durch ein klares, modernes Design. So spart er allein bei den Türmen 10 Millionen Dollar. Durchschnittlich 1000 Arbeiter pro Tag sind für drei Jahre mit dem Bau der abgespeckten Hängebrücke beschäftigt. Die Sparversion der Triborow-Brücke wird am 11. Juli 1936 eingeweiht. Jetzt haben die Bewohner der Bronx eine direkte Verbindung nach Manhattan und Long Island. Neue Vororte wachsen wie Pilze aus dem Boden, immer weiter von der Innenstadt entfernt. Ottmar Amann hat die Konstruktion schlanker Hängebrücken einen großen Schritt weitergebracht. Eine einfache Brücke lässt sich schneller bauen als eine reich verzierte. Und das passierte zuerst mit der Triborow und später mit den anderen Brücken in und um New York City. Amanns Entwürfe sind sehr einfach und lassen unnötige Elemente weg. Man sieht den Fortschritt seiner immer klareren Designs. 1935 wird er auf die Probe gestellt. Für die geplante Weltausstellung braucht New York eine Brücke, die Touristen von Neuengland zur Bronx bringt. Aber die Zeit wird knapp. Amann bekommt den Auftrag für die Bronx-Whitestone-Brücke nur vier Jahre vor der Weltausstellung. Die Bronx-Whitestone-Brücke mit ihrer kurzen Bauzeit schob die Entwicklung des Hängebrücken-Designs noch einmal an. Was kann man weglassen? Nichts wirkt so gut wie Zeitdruck, damit sich alle zusammensetzen und überlegen, was ist überflüssiger Luxus und was brauchen wir wirklich? Es gibt hier keine Querverstrebungen, wie sie bei anderen Hängebrücken gebaut wurden. Das lässt die ganze Struktur besonders schlank aussehen. Die Bronx-Whitestone-Brücke macht das besonders deutlich. Sie hat nur noch ein einfaches Bogenelement an der Spitze des Turms als Verstrebung. Amanns neue Brücke wächst rasend schnell. Seine Männer bauen jeden der 115 Meter hohen Türme an 18 Tagen. Dann verlegen sie in nur 41 Tagen die fast 24.000 Kilometer Draht für die Tragkabel. Die Brücke wird pünktlich am Tag vor Beginn der Weltausstellung eröffnet. Am 30. April 1939. Doch die Autofahrer auf der Brücke bemerken bald etwas Seltsames. Die Brücke gerät bei starkem Wind ins Schwingen. Ein Jahr später stürzt bei einem Sturm die ähnlich gebaute Tacoma-Narrows-Brücke im Bundesstaat Washington ein. Sie versuchten mit immer weniger Material auszukommen und sie waren zu weit gegangen. Wir hatten die Grenze der effizienten Materialnutzung erreicht. Noch weniger und die Brücke wurde so flexibel, dass sie bei Wind nicht stabil blieb. Die Bronx-Whitestone-Brücke war der Tacoma-Narrows ziemlich ähnlich und sie bewegte sich auch ähnlich auf und ab, aber nicht ganz so stark. Amann muss seine Brücke nachrüsten. Zuerst zogen sie Schrägseile von den Türmen hinunter zu den Tragbalken. Und die sind immer noch da. Man kann sie an der Brücke sehen. Aber das hemmte die Bewegungen der Brücke nur unwesentlich. Also begannen sie in den 40er Jahren zusätzliche Versteifungen auf die Tragbalken zu bauen. Heute sind diese Versteifungen nicht mehr da. Sie wurden 2003 entfernt und durch eine Fieberglasverschalung ersetzt. Dank dieser aerodynamischen Verkleidung fließt der Wind harmlos über die Brücke und kann sie nicht mehr seitlich wegdrücken. Wir müssen die Brücke nicht versteifen, um diesen Kräften entgegenzuwirken, sondern wir bauen die Fahrbahn so, dass die Kräfte gar nicht erst entstehen. Das ist ein ganz anderes Konzept. Von Anfang an bildet die Bronx-Whitestone-Brücke eine wichtige Verkehrsader zwischen dem amerikanischen Nordosten und dem Zentrum New Yorks. Sie ist so beliebt, dass bald wieder eine neue Brücke, diesmal von Trucks Neck in der Bronx, nach Bayside in Queens gebaut werden muss, um sie zu entlasten. Im Jahr 1959 sind vier der fünf Bezirke New Yorks gut miteinander vernetzt. Nur der letzte, Staten Island, liegt noch immer abgeschnitten von den anderen Stadtvierteln. Jenseits einer 1,25 Kilometer breiten Wasserstraße. Seine 225.000 Einwohner sind auf Fähren angewiesen, um in die Innenstadt zu kommen. Eine Brücke von Brooklyn nach Staten Island würde eine neue Straßenverbindung in den Nordosten schaffen, die den dichten Verkehr Manhattans umgeht. Ein Traum der New Yorker seit 70 Jahren. Aber die Entfernung scheint einfach zu groß zu sein. Es war ein außergewöhnliches Vorhaben, Brooklyn an Staten Island anzubinden. So etwas hatte noch keiner getan. Um es ganz klar zu sagen, wir sprechen über die größte Hängebrücke, die jemals gebaut wurde. Mit der längsten zentralen Spannweite. Also muss man alle bekannten Prinzipien wieder ein Stück erweitern. New York wendet sich an den Mann, der seit dem Bau der George-Washington-Brücke 30 Jahre zuvor jede große Hängebrücke der Stadt entworfen hat. Ottmar Amman. Die neue Brücke erfordert eine zentrale Spannweite von 1298 Metern und so viel Beton wie für eine Landstraße von New York nach Washington DC. Es war ein gigantisches Unternehmen. Nicht nur sollte das die längste Hängebrücke der Welt werden, sie wurde auch in einem der verkehrsreichsten Häfen der Welt gebaut. Im August 1959 beginnt der Bau. Amman sieht sich den üblichen Problemen gegenüber, aber er verfügt jetzt über moderne Baumaschinen. Es müssen keine Menschen mehr in den Senkkästen ihr Leben riskieren. Jetzt holen Kräne von der Oberfläche aus den Schlamm vom Meeresboden in solchen Waben aus 66 vertikalen Schächten. Für die 211 Meter hohen Türme werden 20.000 stählerne Bauteile von jeweils 12 Metern Höhe in Fabriken so präzise vorgefertigt, dass sie nahtlos aufeinander passen. Hoch über dem Wasser werden sie wie ein gigantisches 3D-Puzzle zusammengesetzt. Doch die größte Herausforderung ist die Länge der Brücke. Knapp 1,3 Kilometer zwischen den beiden Türmen. Um zu verstehen, wie lang diese Brücke ist, muss man wissen, dass jeder Turm perfekt senkrecht gebaut ist. Aber sie sind an der Spitze 4,13 Zentimeter weiter voneinander entfernt als am Boden. Das liegt an der Erdkrümmung und daran, dass die Türme radial zum Mittelpunkt der Erde zeigen. Das ist tatsächlich etwas, das man berücksichtigen muss, wenn man zum Beispiel die Kabel baut. Und das beschreiben die Ingenieure in den ursprünglichen Zeichnungen. Diese über 4 Zentimeter große Differenz zwischen dem Abstand am Grund der Türme und an ihrer Spitze. Also stehen die Türme senkrecht zur Erde, aber nicht wirklich parallel zueinander. Die Techniker ziehen 230.000 Kilometer Stahldraht über die Türme, um daraus die vier Tragkabel zu fertigen. Genug Draht, um ihn knapp sechsmal um die Erde zu wickeln. Die Kabel der Brücke haben 90 Zentimeter Durchmesser. Man läuft auf ihnen wie auf einem Gehweg. All dieser Stahl ist nötig, um die enorme, zwölfspurige Fahrbahn zu halten. Obwohl sie so schlank wie nur möglich konstruiert wurde, wiegt jeder ihrer 66 Abschnitte immer noch 400 Tonnen. Wieder einmal war die längste Brücke der Welt in New York gebaut worden. Das ist ein einzigartiges Zeugnis für die Kraft von Stahl. Die Fahrbahn wurde so leicht wie nur möglich gebaut, ist aber fest genug, um stabil zu sein. Diese Brücke setzt neue Maßstäbe für den Bau von Hängebrücken. 440 Jahre zuvor hatte der italienische Entdecker Giovanni da Verasano als erster Europäer die Narrows Meerenge erkundet. Nach ihm wird die neue Brücke benannt. Seit ihrer Einweihung am 21. November 1964 sind alle fünf Teile von New York City miteinander vernetzt. Mit bis zu 48 Millionen Fahrzeugen im Jahr wird die Verasano-Narrows-Brücke zum wichtigsten Verbindungsstück zwischen New York und dem Rest Amerikas. Die Stadt ist endlich zusammengewachsen. Für mich ist es gar keine Frage, dass die fünf Bezirke nur deshalb zur Stadt New York City zusammenwachsen konnten, weil sie physisch durch die Brücken verbunden werden. Die Verasano-Narrows-Brücke war die letzte große Hängebrücke, die in New York City gebaut wurde. Und in dem halben Jahrhundert seit ihrem Bau hat sich die Aufgabe der Ingenieure in New York geändert. Anstatt neue Brücken zu bauen, müssen sie die alten erhalten. Für uns Ingenieure ist es eine große Aufgabe, diese Bauwerke instand zu halten. Es ist erstaunlich, dass sie schon so lange ihren Dienst tun, die Brooklyn-Brücke seit weit über 100 Jahren, Williamsburg seit knapp einem Jahrhundert. Aber die Verkehrsbelastung ist in New York nicht geringer geworden und diese Brücken werden auch weiterhin dringend gebraucht. Ich kann mir vorstellen, dass die Brücken eines Tages ersetzt werden müssen. Aber wenn wir uns andere Länder anschauen, vor allem in Europa, da gibt es Brücken, die seit 600 oder 700 Jahren ihren Dienst tun und instand gehalten werden. Also haben auch die Brücken in New York eine gute Chance, noch ein paar Jahrhunderte zu stehen. Die Brücken New Yorks haben die Stadt geprägt. New York ist ohne seine Brücken nicht vorstellbar. Im Laufe der Jahre haben vier davon für einige Zeit den Titel der längsten Brücke der Welt getragen. Sie alle gingen an die Grenzen der Ingenieurskunst ihrer Zeit und trugen dazu bei, die stetig wachsende Stadt zusammenzubringen. In Sachen Brückenbau ist nichts mit New York City im 19. und 20. Jahrhundert vergleichbar. Praktisch jede der Brücken rund um Manhattan war eine der größten ihrer Zeit. Dies hier war das Versuchsgelände für Brückenbau im frühen 20. Jahrhundert. Hier passierte es. Die Brücken von New York sind nicht nur Straßen, sondern auch Ikonen der Ingenieurskunst, wichtige Verkehrsadern, Sehenswürdigkeiten und Zeugen eines Jahrhunderts der Innovation. Bevölkerung von Queens auf 300.000 verdoppelt. Aber in Manhattan und Brooklyn leben bereits 3 Millionen Menschen. Und noch bevor die Brücken von Queensboro und Williamsburg überhaupt fertig sind, beginnt der Bau an einer vierten Brücke, der Manhattan-Brücke. Sie liegt nur wenige Blocks nördlich der Brooklyn-Brücke und soll diese entlasten. Die Situation machte es schon wieder nötig, zwei Stadtbezirke mit Brücken zu verbinden. Stellen Sie sich vor, Sie leben in New York von 1900 bis 1910, wenn drei der längsten Brücken der Welt nebeneinander über den East River gebaut werden. Das muss ein unglaublicher Anblick gewesen sein. Aber wenn die Ingenieure weiter so massive Brücken bauen, werden sie nie schnell genug sein, um mit dem Wachstum der Stadt mitzuhalten. Und der Bau all der Brücken und Hochhäuser führt dazu, dass in der ganzen Stadt der Stahl knapp wird. New York braucht dringend neue Ideen für schnelleren und wirtschaftlicheren Brückenbau. Daher wird in New York City ein gewagtes Experiment gestartet. Neueste Erkenntnisse in der Tragwerkslehre legen nahe, dass sich die für den Brückenbau benötigte Stahlmenge deutlich verringern lässt. Warum soll man etwas stabilisieren, das ohnehin schon eine sehr feste Struktur hat? Das Schöne an der Deflektionstheorie ist, sie lehrt, dass an diesen Trägern so viel Gewicht hängt, dass sie sowieso ziemlich stabil sind. Das Prinzip, je schwerer die Fahrbahn einer Hängebrücke ist, desto steifer wird sie, so wie auch die Kabel, an denen sie hängt. Es werden also keine zusätzlichen Träger wie hier bei der Williamsburg-Brücke benötigt. Im Grundsatz gilt, wenn die Brücke lang und schwer genug ist, wirkt ihr Gewicht wie ein Fachwerk. Also, wenn die Fahrbahn steif und gerade ist, kann man immer längere Brücken mit immer weniger Stahl bauen. Das war für die Planer wie eine Offenbarung. Gute Ingenieure versuchen immer, möglichst wenig Material zu verbrauchen und mehr fürs Geld zu kriegen. Bei der Manhattan-Brücke wird die neue Deflektionstheorie zum ersten Mal getestet. Im Jahr 1901 beginnt ihr Bau. Ihre Türme sind sehr schlank. Sie wirken fast flach, neben den massiven Pfeilern von Brooklyn und Williamsburg-Brücke. Wenn man die Manhattan-Brücke zum Beispiel mit der Williamsburg-Brücke vergleicht, sind ihre Versteifungen viel flacher und die Türme viel dünner. Dieses Design beruht auf der neuen Tragwerkslehre. Silvester 1909 feiert New York den Beginn des neuen Jahrzehnts mit der Eröffnung der hochmodernen Hängebrücke. Die Ingenieure können jetzt Brücken mit ungeahnten Spannweiten bauen. Die Deflektionstheorie erlaubt ihnen, die Länge von Hängebrücken möglicherweise zu verdoppeln. Schließlich sind die vier Brücken über den East River fertig und die Ingenieure beherrschen die neue Bautechnik. Jetzt fängt man in New York an, sich über den mächtigen Fluss im Westen Manhattans Gedanken zu machen, den Hudson River. Der Hudson musste einfach überwunden werden. Auf seiner anderen Seite liegt schließlich das Festland. Aber der Hudson ist über einen Kilometer breit, dreimal so breit wie der East River. Oh Mann, das war eine ganz andere Sache. Es gibt bereits 18 Entwürfe für Brücken über den Hudson, aber sie alle sind zu schwer oder zu teuer. Keine davon wird je gebaut werden. Lange scheint es unmöglich, den Hudson zu überbrücken. Doch der Schweizer Ingenieur Ottmar Ammann glaubt, dass in der neuen Festigkeitslehre die Lösung liegt. Die Deflektionstheorie ermöglichte es den Ingenieuren, das Verhalten einer Hängebrücke besser zu verstehen. Mit dieser Hilfe konnte der Ingenieur seinen Entwurf so optimieren, dass das Gewicht der Brücke verringert und dadurch eine längere Spannweite möglich würde. Bevor die Ingenieure diese neue Bauweise kannten, bauten sie zusätzliche Elemente wie Schreckkabel und Fachwerkträger ein, um eine Brücke zu stabilisieren. Ammann glaubt, die über einen Kilometer lange Fahrbahn nach dem Vorbild der Manhattan-Brücke auch ohne diese Stützelemente aufhängen zu können. Die Brücke soll so leicht sein, um bis nach New Jersey zu reichen, aber doch schwer genug, um sich selbst zu stabilisieren. Und sie heißt George Washington-Brücke. Ammanns Entwurf für die George Washington-Brücke reizt die Deflektionstheorie bis an die Grenzen aus. Wie gut er sie umgesetzt hat, sieht man daran, wie schlank die Brücke trotz ihrer großen Spannweite ist. Und man sieht, wie sich das Brückenbaudesign verändert hat. Im Oktober 1927 beginnt der Bau der sechsspurigen Brücke. Die Arbeiter müssen zuerst die beiden 184 Meter hohen Stahltürme errichten, höher als die meisten Wolkenkratzer der Stadt. Sie hatten einen Job, den wir uns kaum noch vorstellen können. Sie arbeiteten über 100 Meter hoch über dem Fluss und hatten damals überhaupt keine Sicherheitsvorkehrungen. Sie hingen da oben buchstäblich in der Luft. Ich weiß nicht, wie man so etwas schaffen kann. Als ich das erste Mal über das Tragkabel einer Hängebrücke lief, schaute ich nach unten. Das Kabel war so dick, wie mein Fuß lang ist. Ich hatte erst ein komisches Gefühl im Bauch. Dann sagte ich, los geht's. Und nach ein paar Schritten war es ganz normal und machte Spaß. Zuerst ist noch geplant, die Türme mit Beton zu ummanteln, um sie zu verstärken. Doch Amann überlegt es sich schon bald anders. Wenn man die Brücke heute sieht, die Ästhetik ihrer Kreuzverstrebungen und Linien, das wäre alles hinter der Granitverkleidung verschwunden. Mit der Zeit hatte man begriffen, dass Stahl keine Verstärkung braucht, erst stark genug, eine Brücke zu tragen. Die George Washington Brücke wird 8 Monate früher fertig als geplant und kostet weniger als die ursprünglich geschätzten 60 Millionen Dollar. Und sie verdoppelt den Rekord für die längste Hängebrücke der Welt. Es hatte noch nie einen solchen technologischen Sprung im Brückenbau gegeben, wie den von Ottmar Amann mit der George Washington Brücke. Es war der pure Triumph. Die George Washington Brücke macht einen neuen Handelsweg nach Manhattan möglich und umgeht die Verkehrsstaus der Innenstadt. Doch von Beginn an verursacht sie auch ihre eigenen Staus. Am Tag der Eröffnung, dem 25. Oktober 1931, über Querendruck Luft hineingepumpt, um das Wasser zu verdrängen. Durch Luftschleusen klettern die Männer hinein, um in den engen Senkkästen zu arbeiten. Manche vergleichen sie mit der Hölle, unerträglich heiß und feucht. Sie sind immer in Gefahr zu verbrennen oder zu ertrinken, doch sie arbeiten ein ganzes Jahr lang in den Senkkästen und stoßen immer tiefer ins Flussbett vor, rund 30 Zentimeter pro Tag. So was hatte noch keiner gemacht. Jeden Tag mussten sie da runtergehen, durch die Luftschleusen und sich mit Spitzhacken und Schaufeln langsam zum Felsboden durchgraben. Die Druckluft, die das Wasser am Eindringen hindert, löst seltsame Muskelschmerzen und Lähmungen aus. Über 100 Arbeiter leiden daran, drei von ihnen sterben. Auch Washington Röbling erkrankt und bleibt danach an den Rollstuhl gefesselt. Damals nennt man das Leiden Casson-Krankheit, heute Taucherkrankheit. Doch die Ursache war noch unbekannt. Erst sechs Jahre später erkennen Ärzte, dass die schnelle Dekompression bei der Rückkehr an die Oberfläche die Symptome auslöst. Sie haben ihr Leben riskiert, wenn sie zur Arbeit gingen. Es war ein gefährlicher Job, aber mit dem Glanz des Abenteuers. Auch wenn einer da nur im Dreck gegraben hat, war er doch Teil des Teams, das die erste Brücke über den East River baute. Die Männer schaufeln den Kies und Lehm des Flussbetts in einen Schaft im Inneren des Senkkastens. Darin wird der Schutt mit Schöpfeimern hochgezogen und abtransportiert. Damit der Kasten sich absenkt, werden auf ihm lagenweise Mauerblöcke aus Granit verlegt. 1872 setzt der Kasten nach einem Jahr endlich auf Felsen auf. Jetzt wird er mit Beton gefüllt und bildet so das Fundament des Brückenturms. Mit 20 Granitblöcken pro Stunde wachsen die Türme darauf bis zu einer Höhe von 84 Metern heran. Sie überragen alle anderen Gebäude der Stadt. Außer den Kirchturm der Trinity Church an der Wall Street. Der Bau der beiden Türme dauert volle sechs Jahre. Dann ist der erste Teil der Brücke endlich fertig. Nun muss Röbling die fast 19.000 Tonnen schwere Fahrbahn an vier gigantischen Kabeln aufhängen. Röbling setzt dabei auf ein neues Material. Stahl. Stahldraht ist um 75% stärker als der bis dahin übliche Eisendraht. Aber er wurde noch nie zuvor in Brückenkabeln verwendet. Röbling landete damit einen Volltreffer. Und er hatte diese Entscheidung nicht etwa getroffen, weil das gerade modern war oder weil die besten Ingenieure seiner Zeit es verwendeten, denn die taten das nicht. Jedes der tragenden Hauptkabel muss 40 Zentimeter stark sein. So etwas kann nur hergestellt werden, indem man dünnere Stahldrähte miteinander kombiniert. Und jeder dieser Drähte muss lang genug sein, um von einem Flussufer über die Türme bis zum anderen Ufer zu reichen. Für jedes der Tragkabel werden über 5,5 Kilometer dünne, durchgehende Stahldrähte benötigt. Dazu werden einzelne Drahtstücke zu einer riesigen Schlaufe aneinandergefügt. Natürlich werden die Drähte nur in der Länge von vielleicht 1000 Metern hergestellt. Und um daraus einen längeren durchgehenden Draht zu machen, müssen sie verspleißt werden. Dies ist ein Beispiel für einen verspleisten Brückendraht. Wir machen das mit diesen sogenannten Presshülsen, bei denen beide Enden des Drahts in die Hülse gesteckt werden. Die Hülse hat eine gehärtete Stahleinlage. Wenn beide Enden eingefügt sind, wird diese mit einer hydraulischen Presse zusammengedrückt und entwickelt so praktisch die volle Stärke des Drahtes. Über 5000 solcher dünneren Stahldrähte sind für jedes einzelne Tragkabel nötig. Es ist sehr schwierig, starke, dicke Drähte zu machen, aber es ist einfach, starke, dünne Drähte zu machen. Wenn man also ein starkes, dickes Kabel braucht, muss man es aus vielen parallelen, dünnen Drähten zusammensetzen. Das hier ist so ein Draht aus dem Tragkabel einer Brücke. Wie man sieht, ist es fast unmöglich, ihn zu verbiegen. So stark ist er. Die Männer bündeln die Drähte zunächst und pressen sie dann in einen Zylinder zusammen, um ein Tragkabel daraus zu machen. Jedes fertige Tragkabel wird fast 1000 Tonnen wiegen. Unmöglich, ein solches Gewicht auf die Türme hinaufzuheben. Also muss Röbling einen Weg finden, die Kabel in der Luft zusammenzusetzen. Er perfektioniert das sogenannte Luftspinnverfahren. Dabei werden die einzelnen Drähte mit einer Rolle über die Pylone hin und her gezogen und zu einem dicken Kabel gebündelt. So funktioniert das Luftspinnverfahren. Stellen Sie sich vor, dies ist eine Spule mit Brückendraht und hier ist der Ankerblock. Von hier geht das Rad wie mit einem Skilift zu dem Ankerblock am anderen Ufer. Der Draht wird um das Rad gelegt und wenn das Rad über die Brücke gezogen wird, zieht es den Draht mit. Das macht man immer wieder, bis die vielen tausend Einzeldrähte für das fertige Tragseil richtig liegen. Zwei Jahre dauert es, bis die 21.128 Stahldrähte von einem Ufer zum anderen über die Türme gezogen sind. Dann kann endlich die Fahrbahn der Brücke gebaut werden. Bei diesem letzten Bauabschnitt werden die Metallrahmen für die fünfspurige Straße an den vielen Hängern befestigt, die mit den Tragkabeln verbunden sind. Dies ist ein Stück Drahtseil, ein Originalstück von einem Hänger der Brooklyn-Brücke. Und wie man sieht, besteht es aus sieben Strängen, die zu einem Seil verdreht sind. Die äußeren sechs winden sich um den Strang in der Mitte. Jeder dieser Stränge besteht wiederum aus einer Gruppe von Drähten, die um einen zentralen Mitteldraht laufen. Das hier nennen wir ein geschlagenes Drahtseil, im Gegensatz zum tragenden Kabel, das ein Paralleldrahtseil ist und nicht verdreht. 14 Jahre nach Baubeginn ist die damals längste Hängebrücke der Welt vollendet. Ein guter Grund zum Feiern. An der festlichen Eröffnungszeremonie am 24. Mai 1883 nehmen 6.000 Menschen teil. Darunter auch der amerikanische Präsident Chester A. Arthur als Ehrengast. Diese symbolische Vereinigung von Brooklyn und New York war der Beginn der Verschmelzung der Stadtbezirke zu einer großen Stadt. Mit der Brooklyn-Brücke begann sie sich. New York City, das Tor nach Amerika. Doch Wall Street, Broadway und Times Square waren nicht immer da. Vor 400 Jahren lag hier nur ein kleiner niederländischer Außenposten. Vom amerikanischen Festland trennten ihn mächtige, viele hundert Meter breite Flüsse. East River, Hudson, Narrows. Diese Gewässer zu überspannen schien eine unlösbare Aufgabe. Einzigartige Brücken sollten dafür geschaffen werden. Für die ersten neun Brücken waren Vision, Stärke, technisches Wissen und Dutzende von Menschenleben nötig. Dies ist die Geschichte der Brücken von New York. Heute leben über 8 Millionen Menschen in New York City auf knapp 800 Quadratkilometern, rund um die bekannten Hochhäuser Manhattans. Die Stadt hat die höchste Bevölkerungsdichte in den USA. Vor 400 Jahren gibt es hier nur den kleinen niederländischen Handelsposten Neu-Amsterdam auf der Insel Manhattan. 200 Jahre später ist Neu-Amsterdam zu New York geworden und hat schon über 60.000 Einwohner. Auf beiden Seiten der Stadt fließen breite Ströme. Der East River im Osten und der Hudson im Westen. Um eine Metropole wie London oder Paris zu werden, muss die Stadt aber über diese Flüsse hinauswachsen können. Und dazu beginnt in New York eines der größten technischen Bauprojekte, die die Welt je gesehen hat. Man kann sich kaum vorstellen, dass New York City ohne Brücken zu der Stadt geworden wäre, die wir heute kennen. Sie verbinden die fünf Stadtbezirke und sind die wahren Lebensadern der Stadt. Heute gibt es über 2.000 Brücken in New York City. Die wohl bekannteste ist diese hier, die Brooklyn-Brücke. 1865. Der amerikanische Bürgerkrieg ist gerade erst vorbei. Manhattan hat über 800.000 Einwohner und ist schon die größte Stadt des Landes. Doch viele New Yorker, die dort arbeiten, leben lieber auf der anderen Seite des East River, in der Stadt Brooklyn. Täglich pendeln über 100.000 New Yorker von Brooklyn nach Manhattan und zurück. Ihr einziges Transportmittel sind die Fähren, die im Winter häufig im Eis einfrieren. Die Pendler brauchen eine zuverlässigere Möglichkeit, zur Arbeit zu kommen. Und sie fordern eine Brücke. Das Problem ist, dass diese Brücke den 300 Meter breiten East River überspannen muss, ohne den wichtigen Schifffahrtsweg zu behindern, der New York mit dem Rest der Welt verbindet. Der East River war eine wichtige Wasserstraße. Und wenn hier große Schiffe fahren sollten, konnte man keine Steinbrücke quer darüber bauen. Die Lösung? Eine Hängebrücke. Das Geniale an einer Hängebrücke ist, dass man sie von oben aufhängt. Aber woran hängt man sie auf? Man muss also mit den Türmen anfangen. Hohe Türme, auch Pylone genannt, sind an jedem Ende der Brücke notwendig, um daran die Fahrbahn aufzuhängen. Dazu braucht man starke Kabel, die in 60.000 Tonnen schweren Ankerblöcken an jedem Ufer befestigt werden. Mit kleineren Kabeln, die Hänger heißen, wird die Fahrbahn am dicken Tragkabel aufgehängt. Das Gewicht der Fahrbahn zieht alles nach unten. Aber die Ankerblöcke halten die Tragkabel straff. So bleibt die Fahrbahn gerade. All diese Kräfte wirken wiederum auf die Türme und pressen sie zu einer festen Masse zusammen. Da die ganze Fahrbahn von den Pylonen, Kabeln und Ankerblöcken gehalten wird, muss man keine weiteren Brückenpfeiler bauen und die Schiffe können problemlos durchfahren. Es ist eine geniale Art, eine Brücke zu bauen. Und sie scheint fast übernatürlich, weil man nicht sieht, wodurch sie oben gehalten wird. Noch nie hatte jemand gewagt, mit einer Hängebrücke einen so breiten Fluss zu überspannen. Zwischen den Türmen wird die Fahrbahn auf 486 Metern frei hängen. 50% mehr als bei jeder zuvor erbauten Hängebrücke. Die Planung dieser ersten Brücke von Manhattan nach Brooklyn ist eine komplizierte und riskante Aufgabe. Schließlich findet sich ein Ingenieur, der den Job übernimmt. Ein Auswanderer aus Deutschland. John oder eigentlich Johann August Röbling aus dem thüringischen Mühlhausen. Er bestellt über 22.000 Kilometer Stahldraht, um daraus die vier Haupttragkabel zu fertigen, an denen die Brücke hängen soll. Um sie zu halten, entwirft Röbling steinerne Turmbauten, die höher sind als die meisten Gebäude der Stadt. Doch er wird sein Werk nie vollenden. 1869 nimmt Röbling letzte Vermessungen am Fluss vor. Dabei wird sein Fuß von einer Fähre zerquetscht, die gegen eine Kaimauer schlägt. Seine Zehen müssen amputiert werden und er stirbt wenig später an einer Infektion. Das gigantische Brückenprojekt scheint gefährdet zu sein. Doch auch Röblings Sohn Washington August Röbling ist ein fähiger Ingenieur. Und er übernimmt die Bauleitung anstelle seines Vaters. Am 3. Januar 1870 beginnt schließlich der Bau. Bis zu 1000 Männer werden gleichzeitig an der Brücke arbeiten. Die erste Herausforderung ist der Bau der riesigen Pylone mit den neugotischen Torbüten. Damit sie stabil bleiben, müssen ihre Fundamente auf dem Felsen unter dem schlammigen Flussbett stehen. Röblings Arbeiter müssen es irgendwie schaffen, in bis zu 30 Metern Tiefe unter dem Wasserspiegel das Flussbett auszuheben. Röbling entscheidet sich für eine riskante neue Technik, den Senkkasten, einen nach unten offenen Kasten aus Holz und Eisen. Pneumatische Senkkästen sind eigentlich nur umgedrehte Kisten, bei denen der feste Boden nach oben und die offene Seite nach unten ins Wasser kommt. Sie werden auf den Flussgrund abgesenkt. Dann wird unter über mehr als 56.000 Autos den Hudson. Schon bald ist klar, dass die Kapazität der Brücke nicht reicht. Doch Ottmar Ammann hat im Automobil das Verkehrsmittel der Zukunft erkannt und vorausgeplant. Seine Brücke ist mit einer bahnbrechenden Technik für spätere Erweiterungen ausgestattet. Die Tragkabel, Türme, Fundamente oder Ankerblöcke, alles war so berechnet, dass zu einem späteren Zeitpunkt eine zweite Fahrbahn aufgehängt werden konnte, die nochmal sechs Fahrspuren möglich machte. 1962 wird eine zweite Fahrbahnebene unter der ersten eingezogen, was die Brückenkapazität fast verdoppelt. 76 vorgefertigte Fahrbahnstücke werden nacheinander eingebaut. Diese Bauteile wurden vom Wasser aus, von Barken aus, angehoben und dann mit Bolzen unter die schon vorhandenen Bodenträger festgeschraubt. Stück für Stück wurden sie hochgezogen. Es ist ein erstaunliches Zeugnis für die Stärke dieser Brücke und für das Genie von Ottmar Ammann, dass man eine komplette neue Fahrbahn dranhängen konnte, ohne dass es zur Überlastung kam. Bis heute weist die George Washington Brücke eine der größten Verkehrsdichten der Welt auf. Doch noch einmal zurück in die Zwanziger. Im Jahr 1929 liebäugelte man in New York bereits mit dem nächsten ehrgeizigen Brückenprojekt. Drei der fünf Stadtbezirke von New York sind schon mit dem Stadtzentrum verbunden. Doch die Bronx liegt noch immer isoliert im Nordosten, abgeschnitten vom Wohlstand der anderen Stadtteile Manhattan, Brooklyn und Queens. Man beschließt, die Bronx an die anderen Bezirke anzuschließen, und zwar an alle gleichzeitig. Das Bauwerk soll Triborough-Brücke heißen. Sie sollte Queens, die Bronx und New York verbinden und dabei verschiedene Techniken und Bauweisen verwenden, um alle Aufgaben zu erfüllen. Die ersten zwei Bauabschnitte sind einfach. Eine Hubbrücke mit variabler Durchfahrtshöhe für Schiffe über den Harlem River nach Manhattan und eine kleine Fachwerkbrücke, die sie mit der Bronx verbindet. Die größte Herausforderung aber ist die geplante neue Hängebrücke von Queens über den East River. Ihr Bau beginnt am Freitag, dem 25. Oktober 1929. Dem Black Friday. Der Handel an der New Yorker Börse bricht zusammen. 1932 steckt das Land mitten in der Weltwirtschaftskrise. Sie hatten die Fundamente für beide Türme und die Ankerblöcke gebaut, dann ging ihnen das Geld aus. Das Bauprojekt wird abgebrochen. Nur eine radikale Vereinfachung und damit Kostensenkung kann es jetzt noch retten. In der Weltwirtschaftskrise Brücken zu bauen, war sehr schwierig, weil es kein Geld gab. Sie heuerten Ottmar Amann an, der mit der George Washington Brücke gerade fertig war. Er sollte den Entwurf überarbeiten, damit die Brücke billiger wurde. Amann übernimmt das Projekt 1934. In den Plänen der Brücke entdeckt er viele unnötige und vor allem teure Elemente. Der ursprüngliche Entwurf machte vier Tragkabel nötig. Daher hatten die Türme jeweils vier Pfeiler. Und man sieht auch die gotischen Stilelemente der Türme, diese Spitzbögen im Originalentwurf. All das wurde geändert. Amann vereinfacht den Entwurf. Anstatt der zwei geplanten Fahrbahnebenen soll es nur eine geben. Diese Fahrbahn kann von der Hälfte der Kabel getragen werden, sodass pro Brückenturm nur noch zwei Pfeiler nötig sind. Die neogotischen Spitzbögen ersetzt er durch ein klares, modernes Design. So spart er allein bei den Türmen 10 Millionen Dollar. Durchschnittlich 1000 Arbeiter pro Tag sind für drei Jahre mit dem Bau der abgespeckten Hängebrücke beschäftigt. Die Sparversion der Triborow-Brücke wird am 11. Juli 1936 eingeweiht. Jetzt haben die Bewohner der Bronx eine direkte Verbindung nach Manhattan und Long Island. Neue Vororte wachsen wie Pilze aus dem Boden, immer weiter von der Innenstadt entfernt. Ottmar Amann hat die Konstruktion schlanker Hängebrücken einen großen Schritt weitergebracht. Eine einfache Brücke lässt sich schneller bauen als eine reich verzierte. Und das passierte zuerst mit der Triborow und später mit den anderen Brücken in und um New York City. Amanns Entwürfe sind sehr einfach und lassen unnötige Elemente weg. Man sieht den Fortschritt seiner immer klareren Designs. 1935 wird er auf die Probe gestellt. Für die geplante Weltausstellung braucht New York eine Brücke, die Touristen von Neuengland zur Bronx bringt. Aber die Zeit wird knapp. Amann bekommt den Auftrag für die Bronx-Whitestone-Brücke nur vier Jahre vor der Weltausstellung. Die Bronx-Whitestone-Brücke mit ihrer kurzen Bauzeit schob die Entwicklung des Hängebrückendesigns noch einmal an. Was kann man weglassen? Nichts wirkt so gut wie Zeitdruck, damit sich alle zusammensetzen und überlegen, was ist überflüssiger Luxus und was brauchen wir wirklich? Es gibt hier keine Querverstrebungen, wie sie bei anderen Hängebrücken gebohrt wurden. Das lässt die ganze Struktur besonders schlank aussehen. Die Bronx-Whitestone-Brücke macht das besonders deutlich. Sie hat nur noch ein einfaches Bogenelement an der Spitze des Turms als Verstrebung. Amanns neue Brücke wächst rasend schnell. Seine Männer bauen jeden der 115 Meter hohen Türme an 18 Tagen. Dann verlegen sie in nur 41 Tagen die fast 24.000 Kilometer Draht für die Tragkabel. Die Brücke wird pünktlich am Tag vor Beginn der Weltausstellung eröffnet. Am 30. April 1939. Doch die Autofahrer auf der Brücke bemerkten bald etwas Seltsames. Die Brücke gerät bei starkem Wind ins Schwingen. Ein Jahr später stürzt bei einem Sturm die ähnlich gebaute Tacoma-Narrows-Brücke im Bundesstaat Washington ein. Sie versuchten mit immer weniger Material auszukommen und sie waren zu weit gegangen. An New York zu der Stadt zu werden, die wir heute kennen. Die Brücke ist ein großer Gewinn für Brooklyn. Die Grundstückspreise steigen, die Bevölkerung verdoppelt sich auf jetzt 800.000 Menschen. Bald verstopfen täglich 150.000 Pendler die neue Brücke. New York braucht also noch mehr Brücken ins Zentrum Manhattans, um den gewachsenen Bedarf zu decken. Aber der Bau der Brooklyn-Brücke hatte 14 Jahre gedauert. Zukünftig muss es schneller gehen. Die benachbarten Gemeinden Bronx und Queens wollen ebenfalls Brücken nach Manhattan haben. Und mit dem Jahr 1896 beginnt ein wahrer Brückenbau-Boom in New York. Die Brooklyn-Brücke war der Beweis und das Vorbild. So musste man es machen. Jetzt war die Frage nur noch, wie können wir es nächstes Mal besser und billiger machen. Die nächste Brücke soll von Williamsburg zur Delancey Street an Manhattans Lower East Side gebaut werden. Einige Kilometer nördlich von Brooklyn. Weil die fünfspurige Brooklyn-Brücke schon unter dem Verkehrsaufkommen erstickt, planen die Ingenieure gleich neun Fahrspuren für die neue Brücke. Sechs für Eisenbahnen und Straßenbahnen, zwei für Kutschen und eine für Fußgänger. Der Bau der Brooklyn-Brücke dauerte über ein Jahrzehnt, aber Zeit ist Geld. Eine größere Brücke in kürzerer Zeit zu bauen, das ist die neue Herausforderung. Wieder setzen die Ingenieure auf das neu entdeckte Material Stahl, um diese Aufgabe zu lösen. Aber anders als bei der Brooklyn-Brücke sollen bei der Williamsburg-Brücke auch die Türme ganz aus Stahl bestehen. Das hat zuvor noch keiner versucht. Da Stahl stärker ist als Stein, können diese neuen Pfeiler leichter werden als die der Brooklyn-Brücke. Und leichtere Türme können auf kleineren Fundamenten stehen, die sich schneller bauen lassen. Stahl wurde immer wirtschaftlicher und verlässlicher. Als sie die Williamsburg-Brücke planten, wussten die Ingenieure schon, dass die Bauweise erprobt und zukunftssicher ist. Die beiden Metalltürme werden 102 Meter in den Himmel ragen, 18 Meter höher als die mächtigen Steinbögen der Brooklyn-Brücke. Stahl macht diese Höhe möglich, benötigt weniger Baumaterial und kostet weniger, ohne dabei an Stärke einzubüßen. Bei der Brooklyn-Brücke müssen die Kabel nicht nur die Fahrbahn zwischen den beiden Türmen tragen, sondern auch die seitlichen Brückenteile. Diesmal entwerfen die Ingenieure stählerne Bögen, die die Fahrbahn außerhalb der Türme stützen. Die Tragkabel müssen also nur noch das Gewicht der Brücke zwischen den beiden Türmen halten. Weil die Zufahrten der Williamsburg-Brücke nicht an den Tragseilen aufgehängt sind, sondern von unten gestützt werden, konnte sie mit einem dünneren und eleganteren Tragkabel gebaut werden. Der Bau beginnt am 7. November 1896. Über 4000 Tonnen Stahldraht werden zu Kabeln versponnen. Die neun Spuren der Brücke werden an ihnen auf zwei Ebenen aufgehängt, eine über der anderen. Das gibt den Ingenieuren einen zusätzlichen Vorteil. Es macht die Brückenkonstruktion stabiler. Zwei Fahrbahnen übereinander haben einen positiven Nebeneffekt, weil man dann automatisch eine Art Kasten entwerfen muss. Und eine Kastenform ist viel fester und steifer, als es eine einzige Fahrbahn wäre. Diese Kastenform entsteht, indem die beiden Fahrbahnebenen mit Stahlträgern verbunden werden. So entsteht ein Fachwerk. Ein Fachwerk ist eine Anordnung von Trägern, meist in Form von Diagonalen und Dreiecken. Dadurch wird die Fahrbahn versteift, aber nicht viel schwerer. Die Bauteile werden so verbunden, dass sie ein Maximum an Stabilität erreichen, mit einem Minimum an Stahl. Die Williamsburg-Brücke ist in nur sieben Jahren vollendet. Die Hälfte der Bauzeit der Brooklyn-Brücke. Und da sie anderthalb Meter länger ist, stiehlt sie der Brooklyn-Brücke auch den Rekord, die längste Hängebrücke der Welt zu sein. Im Jahr 1900 haben Brooklyn und Manhattan jeweils über eine Million Einwohner und zwei Brücken. Im Norden liegt isoliert die Gemeinde Queens mit nur gut 150.000 Bürgern. Doch ein neues Brückenprojekt soll das ändern. Die Queensboro-Brücke soll die abgeschiedene Gemeinde direkt mit dem Zentrum New Yorks verbinden. Und ihr Standort macht es möglich, dass diese neue Brücke nochmals billiger wird. Das Problem mit dem East River ist, er ist sehr breit und so tief, dass man alles auf einmal überbrücken muss. Aber hier, wo die Queensboro steht, gibt es eine Insel im Fluss, genau in der Mitte. Das macht alles viel einfacher. Dank Roosevelt Island können die Ingenieure eine ganz andere, viel preiswertere Brückenkonstruktion planen. Eine Auslegerbrücke. Ein Ausleger ist ein Träger, der über seine Auflager hinausragt. Am einfachsten kann man sich einen Ausleger wie ein Sprungbrett vorstellen. Die Fläche des Sprungbretts ragt über ihre Befestigung hinaus. Und eine Auslegerbrücke ist so etwas wie ein Paar Sprungbretter, zwei Kragarme, die sich in der Mitte treffen. Um eine Auslegerbrücke zu bauen, werden die Träger von den Türmen aus nach und nach über das Wasser hinausgeschoben. Wie bei einer Wippe wird der Arm, der über dem Wasser hängt, mit einem zweiten Arm in entgegengesetzter Richtung ausbalanciert. Aber das geht nur bis zu einer bestimmten Länge. Und die würde nicht reichen, um so einen breiten Fluss auf einmal zu überspannen. Dafür braucht man eine weitere Stütze in der Mitte. Und Roosevelt Island löst dieses Problem. Ab dem Baubeginn im Jahr 1901 werden im Laufe von sechs Jahren über 70.000 Tonnen Stahl für die Brücke verbaut, bis ihre Arme miteinander verbunden werden. Dieser Originalbericht von 1908 über den Bau der Queensborough-Brücke zeigt die Konstruktion der Brücke. Die Kragarme werden Stück für Stück gebaut und tragen immer weiter über den Fluss. Wenn sie sich in der Mitte treffen, werden sie mit einem Fachwerkstück verbunden. Bald schon hat sich die Brücke... Bald schon hat sich die Brücke...